Wir stehen vor einer neuen Höhle von Ramda. Ich grüße euch zurück zu Tiers of the Kingdom. So, erstmal entdecken. Wie heißt sie überhaupt? Was ist das hier für eine Höhle mit Feuchtigkeitsproblemen? Entdeckt. Höhle am Tamiont-Fluss. Ist ja hier selber ein Fluss. Oh, guck mal, ein blauer. Lange nicht mehr gesehen. Da muss ich alle Teile mitnehmen. Hat der überhaupt individuelle Teile? Ey, fall runter, dann bist du nämlich gleich down. Baller, einfach ins Wasser. Oh, shit. Lass, fall ins Wasser. Oh, nein, ich habe ihn wieder rausgerettet aus dem Wasser. Er ist einfach tot. Okay, gut. So, ah, nee, ich glaube, die, an sich haben die keine uniken Teile hier oder sowas. Das ist schon alles okay. So, Ramdas, Schatz, ja, die Alte auch gemeint. Ja, er soll irgendwo in der Höhle sein. Ich finde die nicht. Ah, warum bin ich denn so doof? Ja, ja, ja. Juppala. Ja, diese Feuchtigkeit schon wieder. Oh, Fleisch, Alter, je. Und eine Treasure Chest. Mit. Boah, Lanze mit Ritter hat zwei Händer. Was ist das denn? Ja, okay, dann geht mal her für... Für Soldatensort oder für... Für diese Billo-Ding. So, der kann weg. So, ich gehe jetzt erstmal in die Höhle hier, wo viele Edelsteine sind. Knack, 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 knack. Oh, verdammt, ist ja die... Ist ja eine starke Waffe. Huppala, sorry. Das hier meine ich eigentlich, ne? Boom. Ist schon ewig echt kein Diamant mehr, oder? Ich habe das beim so schnell einsammeln nicht gemerkt. Hier ist doch bestimmt das Vieh, oder? Ja, klar. Aber das auch schon mal. Hallo. Oh, nein. Ja, warum findest du mich denn immer? Mann, du fiese Sau. Bitte nicht. Ach, Mann. Ich kriege aber auch keinen Mitgleich mit dem Ding. Mayo-Signum, 80 Stück. Sehr cool. Viel fehlen nicht mehr. Also noch so 20, glaube ich, noch, ne? Oh, Mann. Ich weiß jetzt eigentlich meine ganzen Markierungen. Kann ich jetzt nicht nachgucken, weil ich habe ja extra Markierungen gemacht für Höhleneingänge. Aber da kriegen wir schon alles hin. So, das war das. War die Lied noch irgendwas? Achso, die ist nur ein Stein. Gut. Ja, dann, äh, hier. Hans, easy, Ramda. Jetzt hier einfach weiter zu dir. Ist da noch eine Truhe drauf? Oder nur Fleisch? Ich tue mir das nur Fleisch drauf. Okay. Doch, doch, doch. Ramda. Felsprogramma zerbricht gleich noch. Umso besser. Kling, kling. Das bringt ja auch alles Geld, ne? Und ich finde es auch schön, die ganzen Gegner, die wir treffen. Ey, wir killen dadurch nochmal richtig viele. Äh. Und dadurch habe ich halt viele Sachen für, äh, für die, für die Feenproduktion. Ah, ich glaube, ich kriege gleich wieder richtig geile Weapons. Okay, Tulin, was machen wir? Wir müssen irgendwie richtig geil killen. Ähm. Und irgendwie mit einer geilen Lanze. Ja. Und da haue ich mir jetzt auf etwas richtig Starke dran. So, nach Angriffsstärke. Ähm. Dann habe ich wieder richtig altes Schwert. Ja, aber wie gesagt, ich muss das halt echt sparen. Das tut mir ja echt leid, ne? Deswegen kai ich halt echt nur hier so eine Sache, weil ich davon habe ich tausend Stück. Äh. So. Äh. Und schnell mal. Äh. Äh. Wuch, 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 wuch. Bitte nicht ins Wasser fallen. Das wuch, wuch, wuch. Ja, naja. Na ja. Ach, wenn Phantom Garnon reicht's. Aber ein bisschen was essen muss ich noch. Muss ja ein bisschen gestärkt sein. Oh. Äh. Äh. Angriffskraft Boost. Jawohl. Komm's denn so. Okay. Wo sind jetzt die Scheißhände? Da sind sie. Ja. Okay. Haben's. Und alle umbringen. Einer ist down. So, jetzt machen die aber nicht ab. Diesmal will ich fighten. Keiner haut hier ab, ist nicht klar. Wow. Wo kam der auf dem her? Du, 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 du. Ich glaube, das ist nicht so geil, wenn ich hier mache. Ich glaube, ich nehme doch mal ne Master Sword. Obwohl ich da nicht so gut rankomme, ne? Aber, ach, die holen mich ja sowieso. Ich hab jetzt schon wieder Angst, halt, zu gehen. Weil, äh, da hab ich Angst, dass die abhauen. Ne, ich hab, ich will nicht, dass die abhauen. So, jetzt sind wir uns noch ganz wenige. Dann kommt Phantom Garnon. So. Alter, Swoom, mein Schwert leuchtet. Da ist er. Aua. Wie er hat sich Schaden, wenn er richtig macht. Der holt aber auch aus, ne? Ach, Phantom Ginn. Du bist echt ein Lappen hier oben. Oh, Schöss. Ja. So, schöne Waffen. Hilfe. Finster Klumpen. Wer weiß, ob ich die noch brauche. Ey. Okay, geiler neuer Bogen. Bogentasche ist voll. Hä? Okay, Moment. Jetzt soll ich ein bisschen aussortieren. Kann doch nicht sein. Ich hab da bestimmt wieder so einen Schmutzbogen hier irgendwo. Schmutzbogen. Schmutzbogen. Auf den Boden. So, geil. Dämonenkönig. Und dann hat bei den Waffen halt... Oh, wenn da irgendwas ist, was echt doof ist. Ja, komm, das Ding ist bald im Arsch. Also auf den Boden. Schaut. Yes, my sword. So. Okay. Ramda, das war ja ein schön tricky von dir. Aber jetzt ist ja trotzdem noch so viel weiter. Den Schrein hab ich ja schon gesehen. Der ist ja einfach da oben. Aber, aber, aber... Und ansonsten? Oh, es wird mir natürlich trotzdem irgendwie was zum... Zum Steine abbauen. Oh, meine Angriffsboost ist gleich weg. So, liegt hier irgendwo ein Stein rum, bitte. Mal ganz schnell. Hier, die Ramda so... Oh. Aber hab ich das doch noch nicht gesehen. Na gut, okay. So, häufig benutzt. Bomben. Oh, Alter. Einfach so. Okay, hier haben wir jetzt was schönes. Zack. Na, uh. Link. Schup. So, cool. Ist ja doch der Schrein hier. Da muss ich auch nochmal woanders dahin gehen. Dit geht so nicht. Alter, richtig versteckt, ey. Der Halunke. So. Ach doch, doch. Achso. War doch der Schreinbus von der anderen Seite. Ah, die Phantomrüstung. Sehr schön. Die Rüstung eines Ungeheuers, das selbst den Helden in Angst und Schrecken versitzte. Ein seltenes Stück, das nicht leicht zu erringen ist. Ne? Und dit set haben wir noch nicht komplett. Ne? Aber hier fehlt ja auch noch hier, ey. Die Kletterrüstung fehlt halt auch noch. Ne? Richtig fies, dass sie noch nicht komplett ist. Aber, ja. Phantomrüstung. Fehlt bloß noch der Helm. Okay. Warum hat der... Warum hat das eigentlich keine Quest? Ne? Warum hat der diese Tingelrüstung ne Quest? Vielleicht einfach nur, Mann, das ist halt Tingel, ne? Kriegt hier wieder Special Treatment. Ja, und ansonsten... Glaube ich, war es das aber auch wieder. Ich kann die Markierung mal wegmachen. So. Na, komm, den kann ich mir noch holen. Aber so, das Wichtigste werden wir gefunden haben. Oh, fuck. Ne? Zum Glück sind die anderen, die nach Ramdas Schätzen suchen, wo es ja echt viele von gibt, aber zum Glück sind die alle echt ganz schön dämlich. und haben keinen Orientierungssinn. Die finden ja nix raus. Und hier war auch noch nie inner in den Höhlen. Naja. So, ich denke mal hier unten, wird bloß ein großer Platz als Kampfarena sein. Ne, damit man hier schön Platz hat gegen Phantom Gunnern und so. Ja. Na, Moment, was ist hier noch? Was ist denn hier noch? Kommt in meine Arme. Oh, schade. So, würde ich sagen, das war's. Raus hier, Leute. Hauen wir ab. So, hier ist irgendwo eine Eishöhle. Also in diesem Eisgebiet. Hätte ich ja auch schon wieder Bock, weil vielleicht ist jetzt so eine Eisrüstung. Komm, gehen wir einfach hin. Wir gehen da hin. Schön zum, äh, eingeschneiten Turm. Und dann wird sich wieder schön umgeguckt. Genauerer als so eine Schatzsuchende, Leute. Oh, ich hoffe, dass ich auch schön Materialien nebenbei immer schön einsammle, dass ich wieder schön ein bisschen boosten kann. Wenigstens so alles auf Stufe 2, was den Effekt hat. Ah, das wird doch nix. So, pop, pop, pop. Alles klar, ich muss ja hier hoch. Ah, da bin ich krass, Mann. So krass. So, den, den Abgrund, da hab ich aber auch schon gefunden, ne? Also den Abgrund hier, ja, alles klar, ist auf der Karte. So, jetzt also nach da. Na, dann fallen wir einfach mal ein bisschen. Aber natürlich wieder schön mit, äh, frierendem Gleitmodus. Ja, ist jetzt egal, Link. Da musst du jetzt durch. Wir haben ja noch Essen dabei. Du kannst dir gleich wieder was gönnen. Und dann fühlst du dich auch schon wieder viel besser. Als ob das, ey, komm, das sieht so warm aus, das Outfit. Das reicht doch auch aus. So, na, da sehe ich auf jeden Fall schon mal so eine Stelle, die halt sehr danach wirkt. Dass da auch wirklich ein Höhleneingang ist. Weil mir halt von der Eisdrachenrüstung halt noch zwei Sets fehlt. Vielleicht ist eins wirklich hier im Eisgebiet. Und das andere dann nochmal eben bei Hebra im Eisgebiet. Ach, hey, stimmt ja. Was war das denn hier nochmal? Oder ist das jetzt einfach eine Höhle da? Ach, das ist einfach ein Höhleneingang. Ich dachte, ich muss da wieder irgendwas draufhauen. Alter, wie witzig. Entdeckt. Höhle Amtos Media Plateau. Okay, sieht jetzt fast so aus, als würde ich hier ein Donnerrüstungsteil kriegen. Ich sponnte hier einfach so ein Vieh. Was ist denn das jetzt? Okay, äh, mit Ryu, äh, mit Riju. Hier wieder so ein Blitzelektron machen, okay. Alter, ist ja, ist ja... Ich sponnte hier schon wieder neu. So, Riju, es ist mal wieder Zeit, dass du uns hilfst. Oh, cool, Link. So, Riju. So, Riju. Los geht's. Kurz mal waiten. Kurz waiten. So. Hm, wenn das der richtige Weg ist, ist ja hier vielleicht einfach schon das Vieh. Ich hätte einfach rumgehen können, oder was? Oha. Komm mal schön her, so. Ne, hier ist einfach das Vieh. Tatsächlich. Overkill? Overkill. Äh, 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 äh. Was du? Au, je. 81. Gut. Hä, wird hier eine Rüstung versteckt sein von Ramda? Aber ich hab jetzt noch gar nicht gesehen, dass irgendwie, äh, ja, so eine Fahne. Ne, ich glaub mir jetzt einfach bestimmt einfach so ein Schatz. Na okay, mal schauen. Ja, achso, wir sind schon da. Okay, wir sind schon da, alles klar. Das war eine kleine Höhle. Oh, ein großer Zonanium. Okay, da hab ich 19 von. Hm. Da hab ich heute bestimmt auch noch richtig viel. So, das wirkt aber so, als hätte ich alles Wichtige hier gefunden. Okay, na dann. Was ist denn das hier eigentlich nochmal? So ne komischen Brücken und sowas. War ich hier schon? Na, natürlich nicht. Hm. Ja, aber Leute, Höhlen. Die Höhlen sind jetzt erstmal das Prio. Guck mal hier, ey. Wenn ihr mir hier so guckt, hier ist schon alles erledigt. Na, dann sind hier noch die ganzen Höhlen. Ach, hier in, in Verwohren, ey. Okay, Alter, in Verwohren, richtig viel. Ja, und hier irgendeine, irgendeine Höhle hier. Ich glaube, es war sogar die Kalorier-Höhle oder so. Die hat hier noch einen alternativen Eingang. Na, also Herz ist wirklich alternativer Eingang. Genau, wie das hier. Das ist auch irgendwie ein alternativer Eingang von, ja, in einer Höhle hier. Also, die ist ja richtig weitläufig, denn. Ja, was mach ich jetzt? Was mach ich? Wo geh ich hin als erstes? Hm. Vielleicht hier hin? Oder dahin? Ja, auch wieder zwei Höhlen-Eingänge. Na, die sind bis da sichtlich. Ich, ähm. Och, Mann, dass man hier nie von oben so geil runterkommt zu denen. Ja, na schön. Wir machen mal die beiden da. Zack, zack. Also gehen einmal schön straight durch die Höhle durch. Und so reduzieren sich die Markierungen auf der Map. Bis auf ein Minimum. Aber macht aber echt mir sehr viel Spaß, so die ganzen jetzt abgesteckten Gebiete abzugehen. Man weiß genau, okay, man wird immer was erleben, man wird immer was finden. Anstatt wenn man irgendwie da jetzt im Dunkeln stochert. Dafür haben wir die auch lange genug gezockt. Einfach ohne. Wir haben es lange genug gezockt, einfach nur von mir. Ich guck einfach, was ich finde. Jetzt seht's ja 100 Prozent, Leute. Da muss man mal ausrasten. So, ich muss da irgendwie zu diesem Wasserabschnitt da. So da Wasser, ja. Und so eine Höhle. Und dann führst du da irgendwo rein. So, ich bin hier wieder mega langsam. Ey, Mann. Egal. So, sind hier immer so ein komischer Kakuda-Dinger? Ey, guck, da oben ist ein Krog auf. Da oben ist ein Krog, den kann ich mir ja mitnehmen. Den können wir ja mal mitnehmen. Unter einem Stein. Ich hab's den noch gesehen. Schips. Gott, die Krog-Suche, Leute. Ja, da schnallt ihr euch auch schon alle an, ne? Das wird lustig. Muss ich mir noch was einfallen lassen, weil ich euch denn die ganze Zeit erzähle. Ich kann euch doch nicht die ganzen traurigen Sachen aus meinem Leben erzählen, oder? Geht doch nicht. So. Nippala. Boah, was? Traurige Sachen? Geil, Mann. Oh, schon wieder 17 Krogs haben. Okay. Aua. Genau, dem Fluss weiter folgen. Da. Da muss ich lang. Ja, aber nur beim Markieren ist mir auch echt schon aufgefallen, okay? Es gibt so echt Höhlen, die sind an sehr auffälligen Stellen. Wenn man jetzt einfach nur auf der Karte guckt und so. Was wir eigentlich auch hier gemacht haben. Wer mal so ein bisschen auf der Karte geschaut, nach interessanten Orten. Und ja, einige Höhlen definitiv. Hätte man so locker finden können, so wie die hier. Immer so am Ende von so einem Fluss, klar. Da guckt man natürlich schon mal hin. Das liegt nicht, aber dafür ja jetzt. Oh, noch richtig hier weit rumgekachelt hier. Mensch, Mensch, Mensch. Doch, 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 doch. So. Ja. Boah. Alter, das ist hier eine Leuchtsteinquelle. Hups. Aber mit dicker Flut hier. Okay, Vorsicht. Das ist ja wirklich einfach eine Leuchtsteinquelle. Na dann, abballern. Da zerbricht erst mal meinen Bogen. Königsbogen ist im Arsch. Na dann, den Gangdorfbogen. Nein. Höhle am Kolasee. Kolasee? Das ist ein Kolasee? Mh, das schmeckt aber lecker. Ja, so, okay, Feuerdings hier, ja. Leuchtsteine, ja. Hauptsache die Leuchtsteine und Feuersteine. Ja, die können ja auch gut sein. Kriegt man immer ein Tausender mit etwas Glück zu für, aber ich glaube, ich habe da kein Glück. Alter, diese Dranzoom hat halt dafür einen Bogen. Ach so, den Gerudo-Bogen. Ja, nee, denn, äh, einen schwächeren Königsbogen. Mh, mh, mh. Wenn was runterregnet für mich, ach komm, was soll's. Ist die Höhle die ganze Zeit offen? Oh, die ist ja richtig offen. Deswegen auch dieser Doppeldurchgang, verstehe. Oh, er hat es knapp noch erwischt. Ganz knapp. Äh, nee, halt. Das Ding hier. Material, Angriffskraft. Hupen, hupen. So, boah, ey, diese fette Mauer hier, ey. Alles Loot. Und, man. Hm? Eugland, nicht runterfallen, bitte. Dankeschön. Elektro, nee, ist ja so ein Stein. Hier ist ja die komische Frucht. Elektrofrucht, ja. Ist wohl so eine neue spezielle Ernährung. Deswegen sind die voll davon. Ein Gurschenschild. Äh, nö. Warum denn nicht? Nein, Mann, das ist doch kacke, das Schild, Leute. Jetzt mal eins im Ernst. So, nee, ich bin nicht hier, um Leuchtschein abzubauen. Das dauert mir zu lang. Aber ich gehe vielleicht erst mal... Ach, guck mal, da oben. Hallo. Okay, jetzt wäre natürlich... Jetzt, Leute, wäre der Zoom-Bogen geil. Äh, hoppala. Boah, richtig krass ran gesumt. Oh, Alter, was für eine Schussreichweite. Äh. Ich hoffe, er ist jetzt da oben und ist nicht runtergefallen. Dann müssen wir mal schnell gucken. Hui. Und dann geht es anscheinend noch nach unten. So, hopp. So, Link. Lustig ja eigentlich. Äh, nee. So, sag bitte nicht, du bist hier... Okay, so, ist das doch eine rutschige Höhle. Ja, also, wieder umziehen. Wir haben hier alles. Schuf, schuf, schuf. Geil. Quarkender Froschrüstung. Hups. Hopp. Ey, Mann, wie geil. Ich kann hier einfach echt... Hier passiert gar nichts mehr. Oh. Äh, Link, was... Du warst doch schon oben drauf. Er ist doch abgerutscht. Er ist abgerutscht, obwohl er nicht mehr rutschen kann. Leute, was ist denn das für ein... Fail, ey. Hups. Hup, hup. So, ganz ruhig jetzt, Link. Jetzt, ganz ruhig. Spring einfach da hoch. Nicht, dass das Signum jetzt de-spawned. Das brauchen wir doch. So. Es ist weg. Ich hätte ihn vielleicht nicht hier oben abballern dürfen, oder? Verdammt. Scheiße. Wo war der denn? Wo soll denn das hingefallen sein? Oh Gott. Ja, das war jetzt richtig dumm. Scheiße. Okay, warte, ganz schnell den Ausgang hier. Ganz, ganz schnell. Boah. Okay, ist er schon auf der Karte markiert? Nee, tatsächlich nicht. Ist er da unten? Da müsste der mehrere Ausgänge hier geben. Boah, das ist ja richtig so ein harter Steinboden. Äh, ich hoffe einfach mal, das resetet gleich wieder das Vieh. Das sind ja noch... Ach, hier ist ja noch mal so ein Eingang. Okay. Ich dachte, das müsste aber derselbe sein. Scheiße, er ist einfach runtergefallen. Leute, warum hat er denn das gemacht? So, jetzt ist aber... Ja, jetzt ist er markiert. Gut, das kann weg. Ja, äh... Leute, wie ist denn da die Rate? Wann despawnen sowas wieder? Oder wann, äh... Habe ich zu lange gebraucht, das einzusammeln? Mh... Ja, okay. Also, vielleicht ist es wirklich einfach ohne Truhe bis ganz nach unten gefallen. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe nur mit dem Vieh wegrennen gesehen. Ey, da ist ein Felshammer. Cool. Den gibt man gleich her für später zum Ab... Ach, Mann, Exalbummerang. Also, wirklich. Ich würde fotografieren die mal jetzt schnell. Ne, das kann ich ja mal machen, weil das so eine seltene Waffe ist, so. Aber ansonsten bräuchte ich den nicht mehr. Handbuch aktualisiert. Und bitte lasse den Ding da irgendwo sein. Oh, da unten ist es! Es ist da unten, ja! Gleich im Wasser! Oh, scheiße! Und ertrunken! Au, je! So, Leute, Mann, das ist doch... Zelda ist doch ein Top-Game! Natürlich kann man sich hier nichts verbauen, oder wird alles hier... Alles geil, Leute. Alles einfach so geil. Ling, 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 ling. Noch schon ein Bockblendherz? Alter, haben die hier Loot gemacht. Hab, balla! Zahl mal her! Donnerblumenpack! Danke, Mann! Ja, so. Und dann hier nochmal mitnehmen. Bestimmt nochmal eine geile, komisch zusammengebastelte Waffe. Nee, einfach eine Königshellebarde. Ja. Dafür kann weg... Diese dumme Scheißding. Oder, äh... Das Ding... Hm. Und jetzt? Äh, war es das alles? Also, ich hab natürlich wieder das, was ich wollte, ne? Schön zwei Eingänge. Schöne Höhle am Kolasee. Aber, aber... Oh, ich glaube, hat sich der Kolasee auch jetzt quasi erst noch hier hinzu geerdet? Ich glaube, ja, ne? Oder? Also, war auch noch so als neues Gebiet. Jetzt bin ich natürlich eher... Weil ich das Vieh haben wollte, bin ich hier runtergerannt. Aber jetzt... Vielleicht gibt's hier noch mehr. Ich hab jetzt zwar keine Ramda-Säule gesehen. Äh, Ramda... Äh... Äh, Lanze. Wupp. Das wär auch noch so ein Hinweis. Ja, durch, durch, durch. Hier seht ihr eher wieder außen. Hier kannst du halt schön Leuchtsteine abbauen. Ist eine Leuchtstein-Höhlenquelle. So, ja. Da unten jetzt halt wieder raus. Und da jetzt runter zu dem Schatz. Und von da oben kommen wir. Oder besser gesagt, von, von, von da kommen wir. Ja. Ich glaube, das sollte es hier gewesen sein. Das Wichtigste vom Wichtigen. Also, hau mal wieder ab. Wie? Wie? Ja, wo, wo jetzt hin, Leute? Wo denn jetzt hin? Alter, Alter. Oh Mann, hier ist so richtig, hier ist so richtig viele Höhlen, ey. Hier ist so eine Höhle. Hier gibt es einfach noch zwei Eingänge dazu, passend. Oh Mann. Ja, und alles so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier gibt es auch noch mal richtig viele Eingänge. Das sind auch ganz komische Zusatzeingänge, die man so gar nicht gesehen hat. Naja, also, verdammt, war hier? Hier ist eine Höhle? Bei dem, bei dem, beim Sumpf. Hm. Okay, ich könnte auch mal ganz schnell, ganz schnell mal hier reingehen und gucken. Vielleicht finden wir hier auch wieder den Bären, weil hier war die Stelle, wo ich damals so einen Bär immer gesehen habe. Na, was mache ich denn jetzt? Ich habe mich irgendwie zu überwältigt hier. Ach, komm, hier, genau. Die Ruinen brauchen wir ja auch noch auf der Karte. Kann ich da nicht mal irgendwie von oben runterjumpen? Warum ist denn alles so komisch weit weg? Die kommen da nicht hin. Also, cool und schnell, sage ich jetzt mal, ne? Also, wird es doch wieder hier, bei der Apfelbaumplantage. So, denn da gab es damals nach dem Update... Was nach dem Update? Gab es damals die Midna-Maske? In so einer krassen Ruine. Ja, doch, doch, da war so ein Update von den Ramda-Notizen, der uns dann nochmal zu allen möglichen Stellen geführt hat. Ach, da war auch schöne Zeit. Schöne Zeit, denn. So, also, nach da zu den krassen Ruins. Ja, denn, haben wir es? Ruins. Ja, 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 Heiko noch nicht auf der Karte, wird also auch nochmal schön wieder für steigende Prozente sorgen. Also, freue ich mich. Meine Linksfüße, ey. Die ganz ekligen Flossen. Froschflossen. Ah, wir kommen noch voran, oder? Ja, mal größere, mal kleinere Höhlen. Damit muss man rechnen. Aber wir nehmen schön die ganzen Viecher mit. Und dann irgendwann haben wir sie alle. So, ich habe jetzt noch... Ach du Scheiße, noch... Noch 26 Markierungen. Ja, weil halt einige noch... Einige sind ja Herzenmarkierungen. Ne, für doppelte Ausgänge, aber... Ich glaube so... Noch so 20 oder was. Oder unter 20 Höhlen müssten wir nur noch brauchen. Mit diesen Sigma-Affiechern da. Sigma... Wir gucken, also noch ein Lagerfeuer. Er kriegt wieder einer aufs Maul. Okay. Ich helfe natürlich. Hups. Okay, der Höhleneingang ist schon mal sehr offensichtlich. Hm, 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 hm. Alter. Tempel der Weisen. Tempel der Weisen? So, Hallöchen. Froschman hilft zum Dienst. Puh, gerettet man. Hm, hm, hm. Ja, erst mal looten. So. Hallöchen. Ja. Herr Sarivo. Hallo, schön dich erneut zu treffen. Ich bin in der Gegend gekommen, weil ich gehört hatte, dass es hier eine Höhle geben soll. Bist du auch deshalb hier? Ja, wie dem auch sei, wo wir uns schon mal wiedersehen, verrate ich dir noch etwas Wissenswertes über Höhlen. Bei manchen Höhlen sind der Eingang oder ein Pfad im Inneren durch Felsbrocken versperrt. In solchen Fällen hilft nur eins. Man muss sich durch die... Man muss sich durch die Felsen graben. Mit Schwert oder Lanze klappt das natürlich nicht. Man braucht irgendwie stumpfe Waffen wie ein Hammer. Klar, wenn du also auf Höhlen-Tour gehen willst, stelle ich schon mal darauf ein, gegebenenfalls den Weg freiräumen zu müssen. Aus den weggauenden Felsen kommen manchmal auch Erze. Von daher haben versperrte Wege auch einen Vorteil. Also dann, bis unsere Wege sich ein nächstes Mal kreuzen, möge dir das Glück auf deinen Reisenholz sein. Tschüss. Hm. Okay, okay. Oh Gott, ist hier wieder... Nee, da ist wieder so ein Lager. Ich will zu meinem Freund. So, nicht, dass hier wieder der Typ hier sein Schild aufstellen will. Hier kommt nie einer vorbei. Was soll das? So, aber ja, das war... Ja, euer Tempel der Weisen. Sehr schön. Kann man sich eigentlich auch noch mal ein bisschen angucken. Obwohl wir in Breath of the Wild hier schon waren. Boom, boom, boom. Aber naja, trotzdem, ne? Ein bisschen... Ah, wohl, die werden noch Koch sein. So oder so müssen wir noch mal hier hin. Oh, und natürlich Exile-Faust-Typen. Hm. Oh. Die muss ich eigentlich... Oh, da muss ich so viele von killen, ey. Hops. Schnell mal mit, nee. Was, hauptsächlich wegen diesen... Ja, wegen den Schwänzen hier. So, 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 so. Was ist denn für ein Bogen? Ein Reisebogen. Nimmt Link gleich mit. Das ist noch einer. Hm. Habe ich da was gehört? Maa. Scheiter. Mann. Ich liebe diese Zeitblubendinger. Wenn du ihn dann da voll eine reinhaust. Ja, ja, er hat auch wieder so einen Schweifgel droppt. Sehr schön. Aber ich glaube, sonst ist hier... Ja, höchstens irgendwie ein Krog. Aber wo solltet ihr? Der kann doch warten, Leute. Doch, 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 doch. War auch schon interessant, die Ruinen. Tempel der Weisen. Was solltet mal gewesen sein vor 80 Millionen Tausenden von Jahren? Ist irgendwie eine Truhe irgendwo drinne? Hm. Nur verrostet das. Alte Scheiß-Teil hier. Ja, verrostetes Schild, verrostetes Schwert. Okay, kann ich ja mal fotografieren, ne? Knippt, dass ich schon mal beide hier hab. Okay, cool. So, sehr schön. Verrostet das Schild. Oh Gott, jetzt warte mal echt offscreen. Ich habe bloß immer Angst, jetzt offscreen auf Fotosuche zu gehen. Denn aus Versehen was zu entdecken, was wir eigentlich zusammen entdecken wollten. Deswegen halt da ein bisschen noch Vorsicht walten lassen. Aber spätestens irgendwann, wenn wir echt schon überall waren. Und dann ist es ja auch egal. Dann mache ich ganz viele Fotos. So. Na dann. Höhle unter dem Tempel der Weisen. Oh mein Gott, das ist alles hier selber ein Tempel. Ja, der Typ meint natürlich auch rot. Ja, manchmal sind Höhlen verborgen. Manchmal guckst du ja an die Rinder. Da musst du dann ein bisschen gewalttätig werden. Ich hoffe, du hast was dabei. Alter, mir ist das mal Schwert. Geil. Halten haben wir noch eine Wirbelwaffe? Nee. Nee. Na gut. Dann wird's halt das Ding hier. Klopp. Und alles bitte. Kabut. Ja, oder ich. Yunobo. Yunobo, jetzt einfach. Obwohl du immer so lange brauchst. Du kannst verschwinden. Yunobo muss herkommen. Na, Link. Wollen wir wieder was zerballern? Jo. Boah. So, manchmal kommen Erze raus. Stürmt her. Bumm. Bumm. Uff. Nee. Nee. Oh Mann, ey. Du willst jetzt scheiß Vieh hier wieder suchen, ey. Yunobo, bitte. Yunobo. Los geht's. Wie? Boah, wenn das immer so viel ist, dann macht der immer so wenig kaputt. Leider. Na, so. Ja. Oh, sieht ja aus wie eine Sackgasse. Yunobo ist ja die Sackgasse. Ich weiß nicht, Link. Sieht fast so aus, wa? Oh, oh. Oh, eine Treppe hier oben. Boah, interessant, interessant. Hallo? Oh, geil. Was ist denn dick hier jetzt? Und da unten noch? Hier ist eine geheime Truhe. Und hier ist ein Gitter. Da ist ein Vieh drin, ey. Okay. Ah, ich muss einfach rumgehen, wa? Auje. Königszweihänder. Sehr schön. Ähm. Nam 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 nam. M-m-m-m-m-m. Äh. Ach, Mann. Ach, das ist auch scheiße, das Ding hier. So. So, mein Froschfreund. Oh, was ist denn das? Hä? Das einst zu Ehren der Weise in diesem Schrein verwahrte Schwert ruht in Dolbran nördlich des Waldes von Haibul. Oh. Warte mal, also. In Dolbran? Wie jetzt? Warte, wo war denn jetzt nochmal Dolbran? Reden die jetzt vom Masterschwert? Äh, ruht in Dolbran. Ja, Dolbran Ruin. Ah, okay, doch. Stimmt. Hier haben wir ja, hier haben wir ja ein Schwert gefunden. Doch, doch, doch. Hier haben wir ja eine ganz mega große Quest gemacht. Oh, was war denn nochmal für ein Schwert? Das war das Schattenschwert von, von Ganon, ne? Haben wir da gekriegt. So, verdammt. Wie komme ich denn da rein zu dem Vieh? Ich komme doch nicht rein. Ich, äh. Also, vielleicht von oben irgendwo. Das geht ja auch oben noch weiter. Ja, ja, ja. Vielleicht gucken wir jetzt schnell. Äh, okay. Aber interessant, Leute. Das für den Helden verwertete Schwert. Da ist es einfach weg. Niemand wird ja es finden. So, naja. Okay, dann gehen wir einfach mal. Ja, hoch da nochmal. Und da ist noch eine andere blockierte Wand da. Ach, mein Gott. Ah, ja. Mann, ey. Richtig so bemitleidenswert. So, äh. Yeah. Das ist so krass, ey. 83 Stück schon. So, hoppala. Hoppala. So, Häkchen haben wir schon mal für die Höhle. Eine schöne Info bekommen. Aber natürlich haben wir das schon gemacht. Das für den Helden aufbewusst. Oh, achso. Vielleicht geht es dir doch ja nicht weiter. Leute, was macht ihr da hinten? Könnt ihr mal herkommen? Leute. Hm. Ich glaube, hier geht es doch nicht weiter. Das bringt bloß ein ganz kleines Tier. Aber trotzdem, ich muss das wissen. Ich muss hinwenden. Boom. Doch, hier geht es noch irgendwo hin. Alter, richtig versteckt, ey. Nicht mit mir. Ich mache hier alles klein. Kurz und klein. Yinobu, du musst helfen. Meine Waffe ist kaputt. Los geht's. Äh. Okay, warte, dann baue ich mir ja schnell was ran. Äh. Ah, nee, ich habe ja noch. Ich habe ja noch. Richtig kleine Sachen. Äh. So. Yinobu, bitte. Oh, Alter. Alter, jetzt zerfällt immer einfach alles. So, was ist jetzt hier noch? Oh, ein ganz kleiner Durchgang. Ganz kleiner. Ach, oder ist das nur dafür, dass ich da, dass ich, okay, das soll wohl nur so sein, dass ich dadurch denn die Steintafel sehe? Falls ich zuerst hier langgegangen bin. Oder wie, oder was? Ich glaube, hier soll ich nämlich nicht durch. Okay. Na gut, hat sich das auch erledigt. Nochmal schön dann da oben an der Decke gucken. Aber, nö. So, ich habe gerade nochmal einen schönen rostigen Zweihänder gefunden, den wir gleich fusionieren. Swut. Und benutzen. Ja, aber okay, schade. Eine sehr, sehr kleine Höhle. Äh. Na, na. Na, los geht's. Aber anscheinend haben wir hier alles gefunden. Gut, Markierung weg. Jawohl, Hähnchen ist da. Ah, Leute, Mann, Mann, Mann. Wo machen wir, machen wir beim nächsten Mal doch hier diese ganzen Eisgebiet-Höhlen? Guck mal, doch, zwei, zwei Höhlen. Ne, eh, das müssten bestimmt die Eisrüstungssets sein, die uns noch fehlen. Ja, da habe ich Bock. Viel Bock. Da habe ich wieder einen geilen Ort zum idealerweise hinteleportieren. Ja, das hier ist ja ganz weit oben. Aber war das in der Höhle drin? Äh, ach, wir machen einfach den Turm. So. Ab zum Turm. Wuuuuh. Ha, ich habe übrigens auch nochmal Offscreen. Ganz pingelig geguckt. Ich hoffe, ich habe mich echt nicht verguckt, ne. Aber wir haben ja immer darauf geachtet. Und ich habe, glaube ich, auch nie was gesagt. Da habe ich wirklich nochmal ganz pingelig geguckt, ob wirklich jeder Schrein sein Thron-Symbol hat. Neben seinem Namen. Weil das war irgendwann nochmal ein Schrein. Da müssen wir gar keinen Bock drauf. Das habe ich jetzt mal von Anfang an, von Anfang an gleich richtig gemacht. So, wir sehen uns dann wieder am Anfang des nächsten Parts. Weiter Höhlen erkunden. Das wird doch ein Klackswörters. Äh, bupp. Ja, bupp. Bupp. Kälteschutz. Mit Stil. Aber ja, Leute. Dankeschön wieder für euer Interesse. Mir macht das immer noch richtig viel Spaß. Die Sono-Dinger. Und mal gucken, was mit Kiltorn passiert, wenn wir alle für ihn gefunden haben. Tschüss.